Wieso sollten mich junge Stuttgarterinnen und Stuttgarter wählen? Der CDU wird doch nachgesagt, dass sie nicht immer den Ton der jungen Menschen trifft. Ich beweise euch das Gegenteil. Ich setze mich seit langer Zeit für eure Themen ein. Klimaschutz ist meine oberste Priorität. Als Beauftragter für grünen Wasserstoff bin ich mir sicher. Durch Innovation können unsere Unternehmen und Forschungseinrichtungen Vorreiter bei klimaneutralen Technologien werden. Stuttgart lebt von seiner Subkultur. Wir müssen unsere vielfältigen Szenen, Lokalen und Basen halten. Das unterstütze ich seit Jahren. Gemeinsam mit den Klubbetreibern müssen wir an nachhaltigen Lösungen arbeiten. Unsere Vielfalt macht uns stark und liebenswert, ob in den Wohnbezirken, auf dem Campus oder einfach im Stadtbild. Stuttgart muss ein Magnet werden für kreative Fachkräfte und Studierende. Ja, wenn ich euch überzeugen konnte, dann freue ich mich, wenn ich eure Stimme bekomme und ich hoffe, dass wir uns demnächst auch mal persönlich in Stuttgart begegnen. Vielen Dank und auf bald!